Garsin-Gasut, zwei Spiele, zwei Siege, ist ein bisschen kätzerisch, aber hat man sich das so einfach vorgestellt gegen Klote? Ja nein, es ist auch nicht einfach. Wir spielen wirklich ein gutes Hockey und lassen ihnen wenige Chancen zu und vorne machen wir momentan sicher ein Goal. Ja, wir sagen selber, das Spiel ist ein gutes Hockey. Das muss man vielleicht als erfahrenen Spieler, vielleicht auch den weniger erfahrenen Spieler mitgeben, damit es so bleibt, dass man jetzt nicht plötzlich selbst sicher wird? Ja, wir müssen einfach am Boden bleiben. Einfach weiterspielen, vor allem defensiv solid stehen und vorne die Chancen zu machen, ist eigentlich einfach. Aber wie gesagt, es ist erst 2-0, die Serie geht noch lang und darum müssen wir noch hart daran kämpfen. Vielen Dank und gute Erholung. Vielen Dank.